Yo, servus Leute, ich bin der Chris und ihr seid diesmal nicht bei Gnögen IP, nein, ihr seid bei LEV TV. Wie ihr seht, die Facecam, vielleicht so links oben im Eck, je nachdem wo sie hindu, ist natürlich neu, ist mehr als neu. Im Hintergrund wäre es nachher wahrscheinlich irgendein Black Ops 2 Gameplay, in der Minderwertigkeit, würde ich jetzt so ins Hintergrund klatschen, nichts Spezielles. Ja, wo wir jetzt gerade bei neu sind, warum die Namensänderung, warum das alles? Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, aber am Anfang waren wir ja Max, Max, Daniel und ich. Und Max und Max haben nie wirklich Videos hochgegangen, einen Trailer und ich glaube von denen kommt auch nichts mehr. Und der Daniel hat gemeint, er mag nicht mehr kommentieren, also wäre ich dann nur noch quasi allein gewesen. Jetzt habe ich wieder mal mit David, den ich schon vor eineinhalb Jahren eine Serie gemacht habe, mit ihm habe ich geschrieben. Er hat gemeint, wir könnten ja wieder so eine kleine neue Mini-Serie wieder neu machen, anderes Thema und alles. Und natürlich qualitativ hochwertiger als früher. Und das haben wir natürlich jetzt umgesetzt, er war heute schon da und wir haben ein Video aufgenommen. Und bei der Frage, ob wir es auf seinem oder meinem Kanal hochladen, haben wir einfach gesagt, warum landet alles auf einem Kanal hoch. Und er kommt dann gleich zu uns, weil dann haben wir beide auf einem Kanal. Mit zwei Kommentatoren ist es natürlich lustiger zu zweit aufnehmen, als halt ein im Keller zu sitzen und da was aufzunehmen. Da hat man einfach mehr Spaß, das ist Fakt. Und jetzt ladet er eben seine Videos, seine neuen Videos auf unserem Kanal hoch. Seine alten werden wahrscheinlich auf seinem Kanal bleiben. Und die wird aber, glaube ich, nicht bei uns neu hochladen. Unsere Videos werden wahrscheinlich fast alle bleiben, bis auf ein paar eben Minecraft-Trailer. Den werden wir wahrscheinlich runternehmen oder das Vorstellungskommentary. Alle Videos, die nicht mehr so viele, als mehr mit dem Nuken-LP zu tun haben. Was ist neu? Jetzt ganz neu ist eben die Facecam. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, ob man es jetzt immer machen sollt. Einmal nicht mal oder gar nicht. Und was weiß nicht, wenn es euch interessiert. Und was jetzt auch neu gekommen werden, Vlogs. Take me around of Events. Da wird der David wahrscheinlich zu Konzerten mitnehmen. Facecam-Anime-Reviews, was eben auf David Aka-Sniper-Angel, sein Kanal, alles so oben war. Aber eben auch altbekanntes, was schon bei uns oben war, Montages, Gameplay-Videos, nachkommentiertes. Da wird keine großen Überraschungen mehr kommen. Ja, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was wir da neu anders machen sollten. Jetzt soll es kleine Neuanfang, kleine Renaissance von uns. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wo ich gerne darauf hinweisen würde. Wir haben auch Facebook und Twitter. Die Namen werden jetzt noch geändert. Twitter wird neuer kommen. Das schreibe ich nachher noch in die Videobeschreibung. Auf Facebook heißen wir jetzt eben LeftyV. Ihr könnt uns immer Nachrichten oder auf die Pinwand schreiben. Und da kommen auch die neuesten Infos, wann ein neues Video kommt, ob ein neues Video kommt. Oder auch eben kleine Fragen. Einfach mit uns in Kontakt treten. Dafür ist Facebook und Twitter eben da. Da lasst es gerne mal ein Like oder ein Follow da. Ist kein Problem. Ja, sonst gibt es nicht mehr viele Informationen von mir. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Das war's. Danke und ciao. Erledigt.